Xbox Game Studios. Don't Not Entertainment Unreal Engine. Tell me why wurde in Zusammenarbeit mit Beratern aus dem Bereich Kulturpsychischen und so weiter. Das Spiel speichert automatisch wenn die Sumber erscheint. Und damit seid gegrüßt noch mal zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal und live auf Twitch. Wir spielen Tell me why live im Stream im Rahmen des LGBTQIA Plus Mumps des Bright Mumps. 2021 haben sich die Entwickler wahrscheinlich und die Spielplattformen gedacht stellen sie das Spiel mal kostenlos zur Verfügung und zwar das komplette Spiel. Alle drei Episoden des Spiels. Da habe ich nicht lange gezögert und mich das auch mal runtergeladen und das dann und will das jetzt mit euch gemeinsam spielen. Ja es geht direkt um die hier schon zu sehenden Zwillinge. Zur Story will ich noch nicht viel spoilern. Da ist es ein großes Story Game und wenn ich euch jetzt was zur Story erzählen würde. Ja. Dann würde ich euch was spoilern was jetzt hier kommen würde. Ihr werdet die Story noch früher oder später erfahren. Früh genug. Das würde ich sagen. Ihr werdet die Story noch früh genug erfahren. Ich würde sagen drücken wir mal eine beliebige Taste und starten in ein weiteres Tolles Story Abenteuer. Tell me why. Let's go. Wir spielen Tell me why. Okay. Ain't nothing but a hard day. Sorry. Ähm. Aber kurz abgelenkt. Ähm. Na dann. Wir sind noch mal am Startbildschirm. Startbildschirm. Wo das Team hat sich meinen Namen gemerkt. Juhu. Ja mit Kapitel. Okay die wir noch nicht freigeschaltet haben. Dann starten wir das Spiel. Let's go. Tell me why ist ein Story basiertes Spiel in dem jeder deine Entscheidungen auswirken hat. X-Box Game Studios presents. Zusammen mit Don't Not Entertainment. Dulles Corsiq. Alaska. Am 1. März 2005. Hey Knaps. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Okay? Was ist heute Nacht passiert? Ich. Ich wollte ihr meine neue Frisur zeigen. Sie hatte eine Waffe. Sie. Lass dir Zeit. Sie ist ausgerastet. Ich. Ich. Ist schon okay. Nein ist das nicht. Das ist nicht okay. Meine Mom wollte mich umbringen. Also. Hab ich sie erstochen. Ich hab sie umgebracht. Toll me why. Kapitel eins. Heimke. Wundzentrum Freerwit am 2. November 2015 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 Wundzentrum Freerwit am 3. November 2015 Wundzentrum Freerwit am 3. November 2015 ein bisschen schlüsse suchen ein hübscher wo die docks treibt zu beginn des weg zu stehen alles bereit die zeitung der verdammte haustür schlüsse ja gleich nämlich immer ja dass man zeitungen lesen nehme ich erst mal schauen und ist police chief brown ask's concert ok interessant ich habe noch ein paar selbst bilder an der wand zum beispiel ja ein skibild ein schienläufer ist darauf zu sehen scheinbar eins ihrer idole nicht idol ob teiler mich überhaupt erkennen wird das letzte foto ganz schön verrückt ihn nach all der zeit wieder zu sehen okay das also teiler mit auf dem bild sie und teiler schätze mal sie ist links zu sehen nein die fotos anschauen gehen einmal zurück hier so kann hier ist mit der steuerung vielleicht in der schreibtisch schublade und wer ist das auf dem bild scheint nicht zu sein michael und teiler werden sich super verstehen wenn du meinst okay was kann man sich darüber freut oder ist das zu viel ich weiß nicht kleines geschenk kann man machen time and i against any two them not the shape of yesterday und summertime suit drei bücher also lesen können wir es die zeit ist mein verbündeter von lucia train die form vergangene tage von linda am süßer sommer von martha mc neal ok und gucken wir mal ein paar information dazu zurückkehren vielleicht sollte ich noch mal meine mails checken bevor ich gehe nein das habe ich heute doch schon dreimal ok na dann das mache jede kleinigkeit anschauen drüber auf dem richter stehen noch einiges ein kleines space shuttle space shuttle modell was haben wir hier noch weitere bücher immerhin kann ich sie jederzeit streamen aber der anblick der box macht mich glücklich ein sterne reise die hexe von lindam staff 1 und 2 ok was haben wir hier noch so tolles die sitze die musik anmachen die muss ich mit nach juno nehmen können wahrscheinlich nicht okay auf dem schrank gibt es noch was tolles nicht hier okay wir suchen immer mit schlüssel ich will mir unbedingt den meteor schauer ansehen vielleicht möchte teiler ja mit nachtwache alaska hey willst du dir für brennende felsbrocken am himmel den arsch abfrieren der hört sich nicht so verlockend an okay immer noch was zum anschauen ich muss teiler zwingen sich den mit mir anzuschauen er wird ihn echt hassen just between us okay ach ja ich habe ihn hier unten versteckt hier hast du dich also versteckt das fühlt sich wie ein anderes leben an ich glaube ich kann jetzt los okay ja wir schauen uns erstmal noch um was soll ich denn bloß machen wenn die vorbei ist mich mit echten menschen beschäftigen der grave weisen okay wir haben uns den neustach versuchen gut genügend um diese tageszeit werde ich wohl keine sterne sehen ach was ich könnte mir dieses bild ewig ansehen der max aha okay ich habe am schrank noch tolle sachen mhm oben auf dem schrank noch eine kiste alison steht dort kommen wir da nicht hoch doch ich habe jetzt keine zeit mehr dieses zeug anzuschauen okay ähm ich habe seit der high school nicht trainiert bin bestimmt eingerostet alles klar ähm willst du vielleicht noch was mitnehmen den tendy vielleicht noch mit einstecken und dann aufbrechen okay okay scheinbar nicht na dann wir können uns noch im spiegel betrachten na ganz hübsch gemacht können wir aufbrechen können wir aufbrechen äh aha ich kann kaum glauben dieses zimmer zum letzten mal zu sehen okay ich bin soweit fertig hier fehlt nur noch mein kobold dann geht's los alles klar können wir ihn noch mal stören können wir hier noch mal gucken man der soundtrack meiner angsterfüllten teenager jahre soll der nächste rebellis haben der wird es mehr brauchen als ich die habe ich zuletzt in dauerschleife gehört blöd dass ich die da lassen muss aber wenn ich das voll aufdrehe bricht das alter aus sicher zusammen tja lässt also einiges hier zurück die kenne ich inzwischen fast alle auswendig ich hätte es so gerne zu ende gelesen aber Gott war das zäh schädte vom der flut und was haben wir hier man der wird's weit bringen und ich habe meinen teil dazu beigetragen Kunstausstellung von schülern des fairways youth centers im grindhouse Taylor Ronan 20 bringt Jung Künstler an lokalen top Veranstaltungsurts hier haben wir noch eine Notiz Shit I got a tattoo noch zu erledigen Tutoraufgaben Paris mit Motivationsschreiben für das College helfen bis zum Wochenende Dr. Beck anrufen wegen Tutorsitzung mit Jeremy Aaron Treffen wegen Gartenprogramm sonstiges Papierkampf vorbereiten für Flucht W2 und Brief 2 November Irgendwas für Allison Hm vielleicht könnte ich Nein das ist jetzt nicht mehr mein Problem Okay Man, die das hätte ich vermissen Man, die das hätte ich vermissen Okay Hey, du Kleine bald wirst du deine Schwester wieder treffen Wir kriegen wahrscheinlich die ersten Hinweise auf offensichtliche Sachen Ja, vielleicht nur offensichtlich, weil ich es weiß Jetzt bin ich aufbruchbereit Ciao, Herbert Ciao, Herbert Sehr schön Mag ich Ich habe das Let's Play schon bei Kunk gesehen damals als das gespielt hat Ja, vielleicht auch ein paar offensichtliche Sachen Vielleicht auch Ja Ähm Celebrate Educate Night Feiern Aufklären Zusammenhalten Trans-Visibility-March In Junio 31. März 2014 17.30 Uhr Bis spätabends Organisiert von Junio und Für Gleichberechtigung Ach, kann man nur vorlesen Hm, oder auch nicht Ihr bleibt hier Dann lernen die Kleinen noch was über Filmklassiker Feiern da rauf Denk ich mal Denali Ich muss mich für nächsten Sommer bewerben Okay Hm, was haben wir hier? Take me Take me Box of Junk Der Karton für Müll schätzen gehört jetzt dir Im rechtmäßigen Finder Ah, okay Wir lassen ja so einige Sachen für den Der jetzt nach uns in dieser Wohneinheit zieht Farid Farid Testosterone TRX Auffüllen Ah, okay Hat das ich im Kalender geschrieben Oh, ein Etwas längerer Brief Hey Aaron Du weißt ja Briefe sind nicht meine Stärke Aber du warst der beste Tutor Den ich, den sich ein gefährdeter Aber reformierbarer Aha Jugendlicher wünschen könnte Danke, dass du für mich da warst Du hast mir mehr geholfen Als du denkst Ich werde versuchen Das Beste daraus zu machen Wenn ich aus Fireweed raus bin Überleben heißt Repetieren Danke Kumpel Aha Okay Hier steht noch eine Tasche Hier ist noch mehr Krams Ja, okay Wir haben uns Hier du bist noch Hubschra Post-its Ich werde diese Vögel vermissen Wir sehen uns Tyler Drück dich Danke Bester Mentor Du wirst uns fehlen Viel Glück Bis bald Du hast es raus geschafft Vaya Condios Okay Noch was, was wir mitnehmen wollen Schaut nicht so aus Dem Herbert haben wir schon Schluss gesagt Ja, was ist denn auch die Pflanze? Ja, was ist denn auch die Pflanze? Bitz gibt mir Wasser und Sonne Maschinn Die Pflanze nicht so aus Das ist ja schön. Willst du noch irgendwas mitnehmen? Nein, das war's. Zehn Jahre in einer Tasche. Dann sollten wir gehen. Wir durften noch die Morgenfähre kriegen. Die steht dir gut? Danke. Die ist von einem meiner Schützlinge. Die ist echt klasse. Ja, ich finde, er ist echt wahnsinnig talentiert. Ich habe Cafés in der Gegend überzeugt, seine Kunst auszustellen. Tyler Ronen, Mentor der nächsten Generation. Ja, wir sind im Arsch. Also, wirst du irgendwas hier vermissen? Was essen die Leute? Ja, die Leute natürlich. Ganz ehrlich? Die Leute. Die anderen Bewohner, meine Schützlinge, mein Tutor Aaron. Der Anfang war schwierig. Aber dann wurde es mein Zuhause. Ich habe ihnen vertraut. Ich konnte dort ich selbst sein. Das ist toll. Das freut mich echt für dich. Fahren wir nach Dallas Crossing oder schieben wir? Du kannst gern zu Fuß gehen. Nee, versuchen wir es. Willst du dich nochmal umsehen oder so? Fertig. Er hat sich ja zehn Jahre rumgesehen. Raus aus Feierruits. Errungenschaft freigeschaltet im Rückspiegel. Doch, wirklich. Ich bin viel zu unkreativ, um mir sowas auszudenken. Und letzte Woche musste die Fähre umkehren, weil ein Bär mit an Bord war. Nicht im Ernst. Aufschräg. Aufschräg. Jemand hörte aus seinem Lieferwagen Lärm, also haben sie reingeschaut. Und drin lag dieser Bär. Fett und zufrieden auf einem ganzen Berg leerer Chips-Tüten. Immer dem Essen nach. Oh, das kann ich verstehen. Was ist dann passiert? Ich weiß nicht genau. Er wollte wohl nicht raus, also wurde er beträubt. Oh, armer Kerl. Ein Schuss in den Hintern für ein Fressflash. Tja, du weißt ja, wie es heißt. Im Bärengebiet geht Sicherheit vor. Ja, aber Prävention wäre besser. Wenn man vorher richtig nachdenkt, dann muss es gar nicht erst so weit kommen. Den Bären geht's gut, Tyler. Noch? Hast du schon gehört, dass sie überlegen, die Gesetze zur Trophäenjagd wieder zu lockern? Höhere Jagdquoten, grausame Bodenfallen. Sogar die Jagd im Winter soll wieder erlaubt werden. Was für Arschlöcher erschießen schlafende Tiere? Ich bin kein Jagdgegner, aber Raubtiere sind extrem wichtig für das Gleichgewicht in unseren Parks. Was? Warum grinst du so? Ich meine es wirklich ernst. Oh, das glaube ich, Ranger Tyler. Noch nicht. Aber zumindest den Schulteil habe ich hinter mir. Ja, stecke Aktivist. Ja. Unglaublich, dass du schon Bachelor hast. Ich habe so ein halb abgeschlossenes Zertifikat in Buchhalteung von einem Online-College, das meine Kreditkartennummer geklaut hat. Du findest schon raus, was du willst. Du hast Zeit. Wie geht's dir? Als würde ich auf einen Schneesturm zufahren. Und das Nebellicht ist kaputt. Ah, okay. Und jetzt sind wir scheinbar eine dritte Person. Vielleicht haben wir ein paar... äh, gleich mal ein Screenshot gemacht. Sorry. Ich schätze, es hat sich nicht viel geändert. Du meinst denn Delos? Noch immer ein trostloses Kaff. Ich will endlich hier raus. Hübsche Landschaft. Ähm. War es eigentlich so schlimm? Ziemlich. Aber es hätte auch noch schlimmer sein können. Du meinst, wie in einer Einrichtung für gestörte Jugendliche zu landen? Aha. Wenigstens hattest du Michael. Ja. Ohne ihn hätte ich die Highschool wohl nicht überlebt. Sicher fehlt er dir, wenn du ein Juno bist. Wie geht's ihm? Gut. Gut, gut, gut. Aber ich sehe ihn außerhalb der Arbeit zurzeit kaum. Er ist mit Hansen beschäftigt und plant mit seinem Clan ein Potlatch. Ist das Rauch da drüben beim Steinhaus? Mhm. Oh, okay. Schauen wir es uns an. Die alte Hütte wurde wohl endlich verkauft. Ja, oder die Gespenster wärmen sich am Feuer. Ob die neuen Besitzer wissen, dass es dort spukt? Tina hat bestimmt alles getan, um es zu verheimlichen. Bis der Kaufvertrag unterschrieben war. Ach. Das Haus war mir immer unheimlich. Diese Fenster sind wie riesige gaffende Augen. Hm. Meinst du, die Leute reden auch so über unser Haus? Wahrscheinlich. Also, wir kehren wirklich zurück, was? Zum Steinhaus? Ich mein, wir gehen nach Hause. Ja. Ja, tun wir. Ob jemand das Haus kauft? Bisher keine Interessenten. Anscheinend sind Mordhäuser ohne Strom nicht besonders gefragt. Immerhin ist die Aussicht hier schön. Das ist die? Hey, Juno bietet tolle Bergaussichten. Und es gibt Leute, Unterhaltung. Willst du noch bei mir einziehen? Ich denke, sie sind da. Das ist hier wirklich. Die Landschaft ist hier wirklich... Hey, kann ich dich was fragen? Der Wahnsinn. Natürlich. Wie geht's los? Ich hab gehö... Ich meine, als du, naja, deinen Abschluss hattest und vor drei Jahren Mentor wurdest, du warst immer noch die ganze Zeit in Fireweed, oder? Größtenteils. Eigentlich wollte ich ein paar Mal zu diesen Treffen für Transgender in Juno. Aber immer kam was dazwischen. Ich hätte wahrscheinlich mehr unter Leute gehen sollen. Doch ich wollte lieber da sein, falls die Bewohner mich brauchen. Du konntest also kommen und gehen, wie du wolltest. Ja? Warum fragst du? Ach, nichts. Ich mach mir nur zu viele Gedanken. Bin neugierig, was du so gemacht hast. Alisson? Ja? Spuck's aus. Okay. Versprich mir, dass du nicht sauer wirst. Was ist denn? Ein Geschenk. Von Eddie. Ein Ried. Ich weiß, du magst ihn nicht besonders, aber... Tut mir leid. Von Eddie also. Du meinst wohl Chief Brown. Also den Polizisten, der mich festgenommen hat. Komm schon, Tai. Du. Und dein Adoptivvater, wegen dem du mich sieben Jahre lang nicht besuchen durftest. Die Leitung von Fireweed hat ihm Recht gegeben, Tyler. Sie hielten es für das Beste für uns beide. Tja, nun, das war's nicht. Vertragt euch doch. Ihr seid die zwei wichtigsten Menschen in meinem Leben. Bitte. Für mich. Ich vergebe ihm doch nicht, nur weil er mir irgendwelchen billigen Ramm schenkt. Es ist ein Geschenk, Tyler. Du weißt, was Geschenke in der Kultur der Tlingit bedeuten. Und was es heißt, sie abzulehnen. Hm. Ja, das ist mega... Uff, ja. Ich nehme es doch an. Na gut. Ich nehme ihn, aber ich trage ihn nicht. Wirklich? Echt. Damit das klar ist. Ich mache das für dich. Nicht für Chief Brown. Genau. Weißt du, nennen ihn doch Eddie. Oder auch... Onkel? Nein, danke. Ich nehme es doch an. 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 Bis zum nächsten Mal.